Ause bei Wally Ja, hier gehts nach Vuro rum Jetzt habt ihr wieder hier vor mir Die 20 Euro habe ich nicht ausgegeben. 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 Das ist die breite Straße. Das ist ein altes Haus. 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 Das sind die Charakterhäuser. Das ist ein altes Haus. 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 Und so war das mit den Hinterhöfen. Die ist so charakteristisch. Oh, da steht noch. Die haben sie noch gelassen, die mit den Pflastersteinen. Ich muss nicht so drauf fahren. Na, das geht bestimmt auch bald weg. Hast du Vorfahrt? Das könnte ich hier auch noch. Das könnte ich hier auch noch. Oh Gott. Das ist ja schlimm. Das ist noch so ein altes Haus, was abgerissen wird. Das ist noch so ein altes Haus, was abgerissen wird. Ich habe jetzt einen Stadtpark. Aber ich werde jetzt immer meine Sachen wegbringen. So. Alte Straße. Da war ich eben gewesen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm.